Ab wann kann man eigentlich die Geschlechter bei den Küken unterscheiden? Ja, das ist eine gute Frage. Unsere Küken sind jetzt nicht ganz drei Wochen alt und man kann schon eindeutige Tendenzen sehen. Also fünf sichere Hähne kann ich schon mal identifizieren, nämlich Rotkäppchen, das helle Barnefelder, das ganz hellgelbe mit dem schwarzen Fleck auf dem Kopf und zwei Marans. Wenn ihr euch jetzt fragt, woran kann ich das denn erkennen? Hier mal ein Vergleich dazu, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass das Weibchen sind. Nämlich einmal Karamell, das dunkle Barnefelder, was unsere Tochter jetzt Barney genannt hat und drei von den Marans. Na, habt ihr den Unterschied auch gesehen? Richtig, man erkennt es an den Kämmen. Die Kämme bei den Hähnen sind schon viel größer und teilweise auch schon leicht rötlich verfärbt und bei den Weibchen die Kämme sind einfach noch viel kleiner und auch noch nicht so rot. Natürlich kann man das jetzt nicht pauschalisieren, weil das auch immer von den verschiedenen Rassen abhängt und da wir ja sowieso Mischlinge haben und nicht genau wissen, was drinsteckt, ist das schwierig bei allen schon genau zu sagen, aber man kann eindeutige Tendenzen erkennen. Dann schau ich jetzt nicht noch mal. Dann schau ich auf die Kämme. Ich habe mich auf die Kämme. Vielen Dank.